So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig, ich habe bei mir noch sechs Tüten Sorgenfresser-Sammelfiguren entdeckt. Das ist die Serie 2 und ja, die sind schon älter. Und ja, ich habe schon alle Figuren. Also, das kennt ihr ja aus meiner anderen Sorgenfresser-Videos. Sind zwar schon, ich glaube, ein Jahr alt, aber ich habe die Serie 2 komplett und die Serie 1 komplett. Aber wie ihr seht, ich habe noch sechs Tütchen hier. Und welche wir in diese sechs Tütchen jetzt finden, das schauen wir uns natürlich mal an. Und ja, hier zählt alles das, was immer in meinen Videos zählt, auch wenn die Serie schon alt ist. Wie ihr sie findet, was ihr davon haltet und ob ihr sie selber gesammelt habt oder jetzt erst anfangen. Ganz egal was, ihr könnt ihr und ihr sollt ihr alles kommentieren. Okay, das ist ja der Beipackzettel, der dabei ist. Neue Serie, Serie 2. Ist aber schon ein Jahr alt. Dann könnt ihr aufklappen. Wie ihr seht, da sind alle drauf. Alle zehn Sammelfiguren. Und dann gibt es ja ab und gab es ja noch ab und zu so goldene in bestimmten Magazine. Aber habe ich ja auch angeboxt. Die Sorgenzettelchen, wo man was draufschreibt und dann die Zettelchen in den Kopf hinein tut. Aber nichtsdestotrotz fangen wir jetzt an, uns die Sammelfiguren mal anzuschauen. Sieht ja richtig witzig aus. Aber ihr kennt ja die Figuren selber, der sie sammelt. Ich stelle sie jetzt erstmal auf. Ihr wisst ja, ich verändere gleich die Kamera, dass ihr sie besser sehen könnt. Und warum mache ich das jetzt? Habe ich ja gesagt, weil ich noch sechs Tütchen da habe. Und ich sie doch immer wieder mal öffnen soll. Weil da draußen gibt es immer noch welche, die Serie immer noch nicht komplett haben oder kennen. Wo ihr natürlich die Sorgenfresser Serie 2 sicher und bequem bestellen könnt, versuche ich natürlich immer unter ein Video zu verlieben. Hauptsache ein günstiger ist, müsst ihr selber immer schauen. Oh, einen Doppelten schon. Schade. Tütchen nochmal da rein. Ach. Der mit die Lampe auf den Kopf. Und die Zettelchen, die kommen hier jedes Mal da rein. Aber ihr kennt ja die Geschichte der Sorgenfresser. Aber die Einzelfiguren sind trotzdem schön anzuschauen. Bin ich nochmal gespannt. Und wie gesagt, kommentiert mir auf jeden Fall, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet und ob ihr die selber gesammelt habt. Oder jetzt erst anfangen. Ganz egal was. Hier sollt ihr und hier könnt ihr alles kommentieren. So, das ist es nun. Das sechste und letzte Booster-Tütchen Sorgenfresser Serie 2 für heute. Wenn ihr es wollt, dass ich davon noch mehr aufmache, muss ich mal gucken, wo ich mir noch welche besorgen kann. Aber ich habe die Serie komplett. Schaut in meine anderen Videos rein. Aber jetzt öffne ich das sechste und letzte Sorgenfresser Serie 2 Sammelfiguren-Tütchen. Jawohl und den Piraten. Den gab es in Serie 1 auch so ähnlich, aber eben nicht mit der Piratenmütze und mit der Augenklappe. Das sind sie jetzt. Na, diesmal würde ich das Video nicht unterbrechen. Es passt auch so. Hintergrund ein bisschen meseitig. Also, das sind sie jetzt. Eine doppelte Figur. Aber trotzdem. Ich finde sie trotzdem richtig süß zum Hinstellen. Ihr schreibt mir in die Kommentare, wie ihr sie findet und ob ihr sie selber gesammelt habt. Ich versuche natürlich unter dem Video zu verlinken, wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt. Günstiger müsst ihr selber immer schauen. Das war es mal wieder von einer Unboxing-Geschichte. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu. Guckt hin und schaut, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut, wie immer, bis demnächst.